Nach dem 1-1 und Mitte der zweiten Hälfte dann, glaube ich, gezeigt haben, dass wir auch was drauf haben, dass wir auch Widerstand in der Liga leisten können und haben es dann, glaube ich, ganz ordentlich gemacht und aufgrund unserer kämpferischen Leistung dann, glaube ich, auch verdient hier ein Unentschieden noch mitgenommen. Ich will grundsätzlich eigentlich immer Spiele gewinnen und das habe ich auch im Training schon, jetzt vor allem auch im Spiel versucht, auf die Mannschaft irgendwie überzubringen und ja, auch die jungen Spieler, ich bin jetzt ja auch nicht gerade der Älteste in der Mannschaft, aber trotzdem auch mitzuziehen und ja, und eine gewisse Mentalität eben und eine kämpferische Leistung auf den Platz zu bringen. Ne, war sehr turbulent die erste Woche, eine Woche, weil ich hier drei Trainer kennengelernt habe. Ja, aber trotzdem, es ist nicht einfach, muss man sagen, jetzt wieder ein neuer Trainer, wieder ein neues Spielsystem auch, aber ich glaube, als Mannschaft haben wir das super angenommen, haben ja, eine super Leistung auch gebracht, wollten unbedingt ja, kompakt stehen, den Teamzusammenhalt auch auf den Platz bringen und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen heute. Weitere Fragen? Nein? Gut, danke.